Diese Meditation verbindet dich mit dem Christusbewusstsein. Das Christusbewusstsein ist die Energie, die eine tiefgreifende Heilung ermöglicht. Jeder Mensch hat Zugang zu dieser Energie. Lasse dich führen in dieser Meditation und begegne deinem inneren Christus. Schließe die Augen und entspanne dich. Erlaube dir, jetzt dich ganz einzulassen. Dich einzulassen mit dem Herzen, denn dein Herz ist der Zugang zu einem tieferen Wissen, das in dir liegt. Dein Herz ist der Zugang für Heilung und Ganzwerdung. Atme Bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Mit jedem Atemzug atme tief in den Bauch ein und tief vom Bauch aus beginnend aus. Mit jedem Atemzug neu. Der Atem ist Träger von Prana, der Lebensenergie. Und mit jedem tiefen Atemzug stellst du eine Verbindung her, eine Verbindung mit der Quelle des Lebens selbst. Lausche meinen Worten und öffne dich für ihre Schwingung. Bleibe wach. Atme ein, tief bis in den Bauchraum und atme vom Bauchraum aus beginnend aus. Spüre den Kontakt deiner Füße mit dem Boden. Deine Füße in Kontakt mit dem Boden der Erde, der liebenden Erde, die Erde, die dich trägt und dich nährt. Spüre, wie die Liebe der Erde in dich strömt. Die Erde trägt dich sicher, habe Vertrauen. So tief ist deine Verbindung mit Mutter Erde. Immer von ihr getragen, vertraue und lasse los. Im entspannten Sein liegt das größte Glück. Sehe dich selbst jetzt im Licht. Licht, das durch dich hindurch strömt. Licht, das sich aus dir heraus ausbreitet. Licht, das dich vollkommen einhüllt. Es ist das Licht deines Selbstes, deines höheren Selbstes, das jetzt sich hier im Raum um dich herum ausdehnt. Weißes, reines, klares Licht. Licht, das Licht ist für dich wie eine Schutzhülle. Du bist vollkommen geschützt, geführt und geliebt. Vollkommen eingebettet in dir selbst. Lasse los und freue dich auf die Begegnung mit dem Christuslicht. Rufe dein Herz. Dein Herz wird dich immer hören. Vertraue und lasse geschehen. Auch wenn du dein Herz nicht hören kannst. Dein Herz wird dich immer hören, wenn du es rufst. Und damit kannst du dich verbinden mit der Kraft deines Herzens. Denn dein Herz besitzt eine große Kraft. Und im Grunde weißt du das Selbst. Du weißt um seine große magnetische Kraft. Die unendlich groß ist und unendlich weit. Bis in den Kosmos. Und der Ruf deines Herzens wird dem ganzen Universum gehört. Vertraue also deinem Herzen. Es kennt jeden Weg. Verbinde dich jetzt mit deinem Herzen und mit der Kraft und Macht, die es in sich trägt. In deinem Herzen beginnt ein goldener Pfad. Es ist dein Pfad, der Pfad, der dich zum Christus führt. Sei jetzt bereit. Sei mutig. Mache dich auf den Weg. Denn auf diesem Weg wirst du Christus begegnen. Jesus Christus wartet auf dich. Vertraue deiner Führung. Du brauchst nur dem Pfad zu folgen. Du brauchst nur dem Pfad zu folgen. Goldenes Licht. Goldenes Licht erscheint jetzt. Goldenes Licht wie ein warmer Regen. Es umfasst dich. Es umfasst dich, fließt in dich ein und umfüllt dich. Es ist das Christusbewusstsein, das sich jetzt mit dir verbindet. Vielleicht kannst du Jesus durch das goldene Licht erkennen. Vielleicht als Gestalt. Vielleicht kannst du in seine strahlenden, liebevollen Augen blicken. Vielleicht ist es auch das Gefühl von Wärme und Liebe, das dich jetzt erfasst. Lasse es geschehen. Nichts braucht getan werden. Alles ist schon bereit. Das goldene Licht ist das Licht der Annahme. Es bringt dir den Frieden in dein Herz. Es bringt dir den Frieden in dein Herz. Das goldene Licht ist das Licht der bedingungslosen Liebe. Fühle diese Liebe jetzt in dir. Denn sie ist schon immer in dir und jetzt kannst du sie wieder neu erfahren. wie ein lang vergessenes Geschenk, das du jetzt endlich erkennst und öffnen kannst. So lasse die Liebe von Jesus in dich einströmen. sein Herzstrahl durchflutet dich, sein Herzstrahl voller Liebe, die magnetisch ist, die alles heilt und dich wieder erinnert und verbindet. Mit dem, der du in Wirklichkeit bist. Spüre die Kraft des Christus, die er jetzt in dich legt. Spüre die Kraft des Christus, die er jetzt in dich legt. versteht und verwandelt. Denn du bist Teil des Christuslichtes, vollkommen. Bade im Licht. Bade im Licht. Werde zu Licht. Du bist die Liebe, die du gesucht hast. Sie ist und war immer in dir. Spüre die Nähe von Jesus bei dir. Spüre die Verbindung. Spüre die Verbindung. Das goldene Band. Auch wenn du vergisst, wer du bist, erinnere dich wieder neu. Jeden Tag. Du bist ein Kind des Lichtes. Atme noch einmal goldenes Licht ein und lasse es wirken und heilen, was jetzt in dir heilen darf. Vertraue. Du bist jetzt noch tiefer verbunden mit der unendlichen Liebe, mit der Christusliebe. Spüre wieder deinen Atem. Wie dein Atem kommt und geht. Wie sich dein Brustkorb hebt und senkt mit der Atmung. Lasse den Atem so entspannt in dich strömen, wie es dir möglich ist. Spüre den Kontakt deiner Füße mit dem Boden, mit der Erde. Mutter Erde trägt dich. Auch ihre Liebe ist dir ewig sicher. Atme tief ein und aus. Wenn du magst, öffne langsam wieder deine Augen. Namaste. Namaste. Ja. Ich bin glücklich. Ja. Das. Ich bin glücklich. Wolltraum. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020